jo hallo ich mal wieder ich befinde mich jetzt gleich auf dem weg zum vorschießen von zünd idee in zürbik für mich das erste vorschießen in diesem jahr als eröffnung erwartet mich ein tagesfeuerwerk von pyro rob sowie tanzprogramm musik und natürlich das vorschießen es werden ungefähr 60 artikel geschossen darunter einige neuheiten von pokoff leslie und nico und ich bin schon ganz gespannt und mache mich jetzt auf den weg also so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, vielen, vielen Dank an die Firma Zündidee und den Pionium für einen super, super gelungenen Tag.